D2 Designed lebt von bewegten Inhalten. Welche Animationsmöglichkeiten ihr mit Visoscreen habt und wertvolle Tipps dazu bekommt ihr heute in unserem Video. Im ersten Schritt wechseln wir einmal in den Bearbeitungsmodus über das Schraubenschlüsse-Symbol. Jetzt wähle ich mir einfach ein Element aus, was ich animieren möchte. Dann habe ich hier einmal die Möglichkeit, einzelne Buchstaben zu animieren, über die Textanimation oder eben das ganze Element. In meinem Fall möchte ich jetzt auch das ganze Element einen Effekt anwenden. Das heißt, ich klicke hier einmal drauf, dann öffnet sich hier schon mein Fenster für die Animationseinstellungen. Ich kann hier oben die Dauer meines ganzen Effekts einstellen. Ich kann hier sagen, wann sie starten soll. Das heißt, direkt nach Folienstart. Ich kann hier einstellen, nach wie vielen Sekunden der Effekt starten soll und so kann ich mir dann eine Abfolge erstellen von meinen einzelnen Animationen. Das heißt, das Element fliegt nach einer Sekunde rein, das hier vielleicht nach zwei Sekunden. Das kann man dann hier direkt eintragen. Ich kann einstellen, ob das Objekt am Anfang der Folie sichtbar sein soll oder nicht. Zum Beispiel, wenn sich das Element einblenden soll, dann wäre hier dieses Häkchen draußen oder auch hier, ob das Objekt nach der Animation sichtbar bleiben soll. Ich kann einstellen, ob sich dieser Effekt endlos wiederholen soll. Da zeige ich euch gleich nochmal ein Beispiel und unsere eigentliche Animation können wir dann hier unten in dem grünen Bereich festlegen. Da haben wir hier in diesem Fenster verschiedene Standard-Animationen bereitgestellt. Kennt man auch zum Beispiel aus den Microsoft Office Programmen. Einfach schon so vordefinierte Start- und End-Animationen. Das heißt, ich wähle jetzt für meinen Textelement so ein Einblendeffekt und kann hier auch noch die Richtung bestimmen. Das heißt, VO heißt dann von oben, von links, von rechts, von unten. In dem Fall möchte ich jetzt, dass das Element so reinfliegt. Das heißt, ich nehme mir den Einblendeffekt von oben. Ich kann mir dann hier unten auch über dieses Play-Symbol gleich die Animation abspielen lassen. Das finde ich soweit schon mal ganz schön. Das gleiche mache ich jetzt mit den anderen Elementen auch. Das lasse ich hier jetzt von oben einblenden. Und bei dem Teller finde ich es immer eine ganz coole Animation, wenn sich der Teller so ganz langsam auf der Folie dreht. Da haben wir hier auch schon so eine Vorgabe. Die nennt sich drehen. Ich lasse es jetzt einmal kurz abspielen. Dann seht ihr nämlich, dass es jetzt sehr, sehr schnell ist. Ich kann dann hier darunter unter dem Fenster noch die Dauer des eigentlichen Effekts einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 200 Sekunden einstelle, zeige mir jetzt noch mal die Fosche an, dreht sich der Teller einfach ganz, ganz langsam. Ich glaube, ich mache es jetzt noch mal ein bisschen schneller, so auf 150 oder 100. Und jetzt dreht sich der Teller ganz langsam. Es ist nicht zu viel, aber man hat so einen kontinuierlichen Effekt mit drin, dass sich einfach auf dem Bildschirm ein bisschen was bewegt, weil das ist ja auch später das Ziel, den Blick eurer Kunden auf den Bildschirm zu lenken. Und wenn sich da ein bisschen was bewegt, bewirkt das schon sehr viel. Man sollte halt darauf achten, dass es nicht zu wild durcheinander ist, also nicht zu viele verschiedene Animationen, sonst kann es auch schnell unübersichtlich wirken. Ich speichere die Folie mal ab und dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Okay, wir sehen jetzt, er spielt die Animationen jetzt alle auf einmal ab, weil ich natürlich keine Startseiten eingegeben habe. Deshalb würde ich jetzt noch mal ein bisschen die Zeitabläufe koordinieren. Meine Überschrift soll dann vielleicht als erstes einfliegen. Das heißt, ich lasse das bei Null. Dann der zweite Text soll zum Beispiel nach einer Sekunde einfliegen und so weiter. So, und schon ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Dadurch, dass sich nicht alles auf einmal einblendet, dass so, ja, als kleiner Tipp da ein bisschen darauf achten, dass es so eine Animationsabfolge gibt. Wie ihr seht, sind die Möglichkeiten mit Visoscreen wirklich vielfältig. Habt ihr zu dem Thema noch Fragen oder auch zu anderen Themen, schreibt sie gerne hier in die Kommentare. Ansonsten lasst uns gerne ein Abo da und bis bald zum nächsten Tutorial.